Jungs versus Mädchen Thema, wenn man sezieren muss So Leute, im heutigen Bierunterricht sezieren wir Das bedeutet, ihr nehmt einen Fisch, schneidet ihn auf und nehmt die Organe raus Ist doch ganz einfach, oder? Wie die Mädchen reagieren Äh, Herr Lehrer? Ja, was ist? Wir wollen den Fisch nicht aufschneiden und sezieren, das finden wir ekelhaft, genau Äh, was? Warte mal, woher habt ihr den Fisch? Ich hab nicht mal die Fische ausgezeichnet, die ihr sezieren sollt Hä, ist doch logisch, ich trage für den Notfall immer einen Fisch mit mir mit Äh, was? Warum? Oh mein Gott, Herr Lehrer, sowas frag mal deine Frau nicht Genau Wie die Jungs reagieren Äh, also was muss ich jetzt alles machen? Eigentlich nicht, du musst einfach nur still liegen So an, wie sie an und... Äh, was macht ihr da? Ähm, sezieren? Gut, weitermachen Hab ich eigentlich meine Hände gewaschen? Das hast du gesagt Dir hat das Video gefallen, dann lass ein Like da Abonnier diesen Kanal oder folge ihn, je nachdem auf welcher Plattform du bist Für mehr Minecraft Shorts Geist, die ich das Video gefallen habe ist, das war es sehr gut zu finden!